Kannst du noch glauben, glaubst du an die Liebe für immer und das nicht nur zur Weihnachtszeit? So viele Menschen leben ohne Liebe, die Liebe ist ein Wunder, sie blüht auf dem Verborgenen, doch wenn du an sie glaubst, dann kann sie dir geschehen. Kannst du noch glauben, glaubst du an die Liebe für alle und das nicht nur zur Weihnachtszeit? So viele Menschen leben ohne Frieden, doch Frieden liegt im Herzen der Menschen ganz verborgen und wenn du an ihn glaubst, findest du ihn für dich. Zerkanst du noch glauben, glaubst du noch an Weihnacht, an Liebe und Frieden in unserer Zeit? So viele Menschen können nicht mehr glauben. Die Liebe ist ein Wunder und Frieden liegt im Herzen, doch wenn du an sie glaubst, werden sie für dich wahr. Ja, wenn du an sie glaubst, werden sie für dich wahr. Ja, wenn du an sie denkst, werden sie für dich wahr. auch wenn du an sie glaubst, dann flamest du dich wahr. damit du an sie glaubst, unrest zu leben und zu leben möestужest du dich zu � điều